Hallo, ich bin die Ilvie und ich zeige euch heute, was ich in der Werkschule alles erlebt habe. Also wir haben heute solche kleinen Häuschen zusammengebaut, und zwar solche Windmühlen. Und wenn man die in die Sonne hält, dann fängt das Wind an, sich zu drehen. Was passiert denn normalerweise da, Herr Römer? Ja, normalerweise werden hier Schulungen abgehalten, wo die Lehrlinge Aufgaben gestellt bekommen und anhand von Laboreinrichtungen dann diese Aufgaben lösen. Und vorwiegend ist da die Berufsausbildung der Elektrotechniker und Elektrotechniker, Energietechniker. Wir haben Holz gebraucht, auch Heißklebepistolen, weil sonst geht das leider kaputt. Und wir haben auch noch so ein Solarteil draufgesteckt. Und dadurch dreht sich das Windrad dann halt, wenn man es in die Sonne hält. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Auf den Windmühlen sind Photovoltaikmodule. Diese Photovoltaikmodule, die sammeln das Sonnenlicht ein und wandeln dieses Licht in elektrische Energie um und versorgen dann bei unserem Werkstück den Motor mit elektrischer Energie, mit Gleichspannung. Und zu Hause, wenn du ein Photovoltaikmodul hast, da können dann auch alle Haushaltsgeräte mit dem Strom, der produziert wird, versorgt werden. Es ist ja heute keine Sonne, deshalb haben wir so eine sehr starke Lampe genommen. Und damit funktioniert das auch. Das habe ich dann noch angemalt, das Heißchen, weil es sonst schon so ein bisschen langweilig aussieht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich das hinstellen kann. Und zwar in meinem Garten, auf so einer Fensterbank, glaube ich. Also es war richtig cool, weil ich sowas eigentlich nicht jeden Tag mache. Und es war eigentlich gar nicht für mich. Es freut mich, Helbe. Und wenn du Lehrling werden möchtest bei uns, dann haben wir in einigen Jahren sicher eine Chance, dass du da auch Elektrikerin wirst. Das war eigentlich ehrlich gesagt. .